Willkommen bei Finance TV. Der deutsche Mid-Market für Private Equity ist heute unser Thema und die Marktschwäche. Ich freue mich sehr, dass wir einen sehr prominenten Vertreter der Community hier im Studio haben. Ich begrüße zu meiner Linken Guido May, den Deutschlandchef von Silver Fleet Capital. Hallo Herr May, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Der deutsche Mid-Market, wenn wir mal ins vergangene Jahr schauen, zeichnet sich ja nicht gerade durch eine Dealsstärke aus. Das war ein historisch schwaches Jahr. Sie konnten in der Zeit einen Deal machen, viele andere Häuser nicht. Das Jahr 2014 scheint jetzt nicht sehr viel vielversprechender loszugehen. Widersprechen Sie mir gleich gerne. Unser neues Private Equity Panel zeigt so die Sorge der Investoren-Community, dass die Preise einfach durch die Decke gehen. Lassen Sie mich da gerne darauf antworten. Zuerst möchte ich Sie gerne korrigieren. Wir haben letztes Jahr in 2013 vier Transaktionen in Europa gemacht. Eine in Deutschland. Eine in Deutschland davon, auf die wir auch sehr stolz sind. Darüber hinaus haben wir den Markt als sehr aktiv erlebt. Aber das kommt auch bedingt durch unseren Blickwinkel. Wir gucken halt aus einer panneuropäischen Perspektive auch auf den deutschen Markt. Und das erlaubt uns doch eine andere Strategie zu verfolgen, als viele Fonds nur in Deutschland aktiv sind. Wenn wir jetzt einfach mal in die einzelnen Märkte hineinblicken, dann sind Sie in UK aktiv, in Frankreich aktiv, in Deutschland aktiv und in Skandinavien aktiv. Jeweils als klassischer Wachstumsinvestor in einem Sweetspot zwischen 75 und 250 Millionen Euro. Das ist korrekt. Unternehmenswert. Da sehen wir aber, wohin wir auch blicken, schwierige Situationen. In Frankreich wissen wir, sind die Deals teuer. In Großbritannien auch. In Deutschland nach den Ergebnissen unseres PE-Panels zunehmend auch. In Skandinavien haben wir Sie zuletzt mit Deals gesehen. Da haben Sie gerade zugekauft. Ein Unternehmen, das Phase One heißt. Wie sehen Sie Ihre einzelnen Märkte und wie gehen Sie sozusagen jetzt mit dieser aktuellen Marktsituation um, was Zukäufe angeht? Also wir sehen den Markt ein bisschen differenzierter, als Sie ihn gerade dargestellt haben. Zum einen, lassen Sie Zahlen sprechen, haben wir einen durchschnittlichen Erwerbsmultipel von momentan 6,7 im gesamten Portfolio über alle Investments, was auch das letzte Investment Phase One mit inkludiert, gegenüber einem Average Multiple von mehr als 8 mal EBTA für den Enterprise Value. Wir erleben die Märkte auch sehr differenziert, was uns auch erlaubt, sehr selektiv in den einzelnen Märkten zu operieren. Und wir erleben auch Skandinavien als auch Frankreich als sehr aktive Märkte. Natürlich haben gute Assets ihren Preis, aber ich sehe da nicht eine komplett übertriebene Preismanie in den einzelnen Märkten. Was bedeutet das ganz konkret für den deutschen Markt? Da haben Sie Ende vergangenes Jahres den Callcenter-Betreiber CCC erworben. Wie sehen Sie das Jahr 2014, was den Dealflow angeht? Das Jahr 2014 sehen wir auf einer deutschen Perspektive als durchaus vielversprechend, auch wenn es langsam anläuft. Aber in der Pipeline sehen wir doch die eine oder andere Transaktion. Aber auch da sind wir nach wie vor kommend von einer panneuropäischen Perspektive darauf fokussiert, den richtigen Deal zu finden. Und ob der in drei Monaten oder in neun Monaten kommt, spielt, wenn sie in verschiedenen geografischen Märkten aktiv sind, eigentlich keine Rolle. Insofern sind wir sehr gespannt, was das Jahr 2014 noch bringen wird. Viele Beobachter des Marktes sehen schon sozusagen den Winner's Curse, auf die letztlich erfolgreichen Bieter in den Auktionsprozessen zukommen. Sie auch? Also wer in diesem Jahr kauft, kauft zu teuer? Ist die Implikation? Ich glaube, kann man nur sagen, abgerechnet wird zum Schluss. Es kommt nicht darauf an, zu welchem Multiple man kauft, sondern meiner Meinung nach und unserer Erfahrung nach von über 20 Jahren Investmentaktivität ist es entscheidend, was man mit dem Asset macht. Und da spielt am Anfang der Einstiegsmultiple mit Sicherheit eine Rolle, aber nicht die entscheidende Rolle. Schauen wir in der Portfolio hermei. In Deutschland sind Sie, wie erwähnt, mit Competence Call Center seit Ende 2013 erworben, aktiv zudem mit CreaTrade. Mit Kalle 2009, eine ihrer größten Transaktionen, Wursthüllenhersteller aus Wiesbaden, für damals 212 Millionen Euro erworben 2009. Und mit Horizon, ein schon, sagen wir mal, dienstaltes Unternehmen im Portfolio, 2007 erworben, noch aus ihrem Vorgängerfonds heraus. Wenn wir da mal hineingucken, da erwartet der Markt ja sozusagen jetzt langsam Exits. Die Bewertungen sind ja sehr erfreulich sozusagen. Die Verkäuferseite sieht ja besser aus als die Käuferseite vielleicht im Markt. Können wir da von Silver Fleet etwas erwarten in diesem Jahr? In diesem Jahr können Sie mit Sicherheit ein weiteres Engagement von Silver Fleet in seinen Portfolien erweitern. Gerade bei CreaTrade haben wir in den letzten Tagen ein komplett neues Segment gelauncht. Wir werden dort auch weiterhin sehr viel Wachstum sehen. Bei Kalle haben wir im letzten Jahr die Refinanzierung gemacht und haben gerade den Generationenwechsel eingeleitet. Der lang gediente CEO, Dr. Niederstädter, wird langsam das Unternehmen verlassen. Wir haben einen neuen Mann hereingebracht, der mit Sicherheit seine Zeit braucht, um seine Strategie und Vision von Kalle zu verwirklichen. Und wenn wir auf Horizon gucken, 2007 erworben, schon aus dem Vorgängerfonds, da wäre ja so die Erwartung am größten, dass da vielleicht ein langsamer Rückzug und ein Exit-Prozess anstehen könnte. Ja, natürlich. Exit steht für einen Finanzinvestor irgendwann immer auf der Agenda. Allerdings ist Horizon in einem politisch sensitiven Umfeld unterwegs. Und wir alle wissen, dass das Thema Zeitarbeit ein heiß diskutiertes Thema während der Bundestagswahlen 2013 waren. Und das Management, aber auch alle Branchenteilnehmer hoffen, dass es da auch klare Aussagen und hoffentlich auch Bekenntnisse positiver Natur seitens der Bundesregierung geben wir zum Thema Zeitarbeit. Herr May, Ende 2013, als wir über den CCC-Deal sprachen, erzählten Sie mir, dass der erste selbstständig aufgelegte Fonds seit dem Buyout von Prudential über 670 Millionen Euro damals zu zwei Drittel investiert sei. Jetzt haben wir in diesem Jahr Phase One gemacht. Dann nehme ich an, wenn ich Ihren Sweetspot von Unternehmen angucke, dass Sie sozusagen langsam an der Grenze sind und es in Richtung eines neuen Fundraisings gehen könnte. Also wir haben noch gute 100 Millionen, die wir aus diesem Fonds heraus investieren wollen. Das sind aus unserer Sicht wahrscheinlich zwei Transaktionen. Und mein primäres Augenmerk ist momentan darauf gerichtet, gemeinsam mit dem Team das Geld in attraktive Investmentmöglichkeiten zu investieren. Herr May, kommen wir zum Ende des Gesprächs. Da möchte ich auch Ihnen die drei geschlossenen Fragen von Finance TV stellen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sehen wir Sie in diesem Jahr mit zwei Transaktionen in Deutschland? Nein. Erwarten Sie 2014 noch eine Erholung des Mid-Market in Deutschland, was den Deal-Flow angeht? Ja. Und sehen wir Sie in diesem Jahr oder Anfang des kommenden Jahres mit einem neuen Fundraising? Ein klares No-Statement. Vielen Dank, Herr May, für diese verhältnismäßig klaren Antworten. Verehrte Zuschauer, haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse. Seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Dann haben wir das nächste interessante Kapitalmarkt-Thema für Sie. Einen schönen Tag. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017